Wie, was ist das denn für eine? In einer Auspuffer raus? Ne. Ich möchte Zaubereien lernen. Nice. Ich will sagen, dass deine Procliberien von idealen sind. Oh, vielleicht Nurture wird die Natur, mit ein wenig Glück. Aber man muss einen Gehirn auswählen. Ich wurde aus der Akademie von Rea Lucaria, als eine revierta, apostate Witch. Sie wollen mich noch nicht lernen? Well, du bist ein Stück von Arbeit. Sehr gut. Du bist jetzt mein Protagier in Glynstone-Sorcery. Aber ich refuse zu koddeln. Oder kasteinliche Wörter. Never. Anticipate Grievenzungen. Young Apprentice. Gedanken, sunken, nicken. Über das... Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt... ... auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat verschiedene Waren. Feuer hat magische Schimmersteingeschosse ab. Feuer hat drei Sternenschuppen ab. Okay, aber da brauch ich mehr Runen. Ich hab jetzt nicht mehr so viel. Ich hab jetzt mal das Land nehmen. Ich hab jetzt mal das Land nehmen. Nötige Attribute. Weisheit 10. Okay. Hab ich aktuell nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt wieder... Ich muss halt Weisheit noch hochbringen. Ich kann aber mal kurz gucken. Stufenmaulflieg. Weisheit hab ich neun. Okay. Vorhandene Runen. 233. Ich brauch 1882. Okay. Ja, muss ich draußen nochmal ein bisschen killen gehen, ne? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Blöde Pflanz oder Eintrachter? Nein, ich bin vergebildet. Ich bin vergebildet. Ich bin vergebildet. Okay, 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 ich bin vergebildet. Schmetterlinge Dammit Schmetterlinge 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 Gibt's doch nicht So Damit nur ein Gaul Ach man, die blöde Absteigen ständig So, was habe ich noch nicht gemacht Da hinten diesen einen Typen killen Och Junge Die Steuerung kickt wieder hart Alter Ist ja angesputzt und tut ja Okay, das war's Aber jetzt kann ich den Zauber schon erlernen Auf jeden Fall Den Dude da vorne Gleich kriegen Wenn ich mal treffen würde hier Nein! Nein! Ah, ich hasse dieses Blocken, ey. Na komm. Ah, das mit den Blocken finde ich nicht so cool. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Weißt du, was mir hier noch so ein bisschen fehlt? Ein Ziel. Also ich weiß eigentlich die ganze Zeit gar nicht, was ich hier mache. Kommt da noch ein Spider? Ich hab schon gar keinen Trank mehr. Das ist natürlich jetzt uncool. Okay. 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 Ah, ich müsste genügend Punkte haben für Weisheit. So, wie muss ich denn jetzt, wie kann ich den jetzt ausüben? Ah, nach oben. Was fehlt mir jetzt dafür? Wahrscheinlich ein Stab oder so, ne? Okay, ähm. Oder muss ich hier erst was ausrüsten? Da ist bestimmt das Inventar. Oh, ohne. Sehr schön. Okay. Schiff Messer. Ja. Oh, die ist besser. Wieso kann ich die nicht nutzen? Okay. 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 Geht's an oder nicht? Hä? Nein. Auswahl zurücklegen. Hä? Warum kann ich die Sache nicht anziehen? Das ist ja immer so sehr. Können wir die Sache? Ja, das ist ja. Untertitelung. BR 2018 So, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Warum kann ich keine anderen Klamotten anziehen? Muss ich die Sachen weglegen? Angelegte Objekte können nicht, okay. Okay. Ich habe euch gesagt nicht warum. Mal gucken ob ich den Heini da locken kann. Okay. 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 So dämlich richtig. Boah der macht ganz schön Aua alter. Sollen wir hier aufs offene Feld kommen? Muss ich nur noch treffen. Komm schlag mal zu. Boah da kommen denen seine Helfer noch. Scheiße. Das wollte ich aber nicht. Nein jetzt bin ich wieder zurück. Komm schon. 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 Das ist der Böse. Ich denke ich mach doch erstmal den seiner Kumpanen hier, zumindest die unmittelbaren. Mache ich erstmal weg. Komm ich da nicht mal rum. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Ach man. Und dann kommt der nächste. Ich kann schon wieder vergessen, weil ich wieder so viele Kränke benutzen muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mann Die Klamotten bringen mir auch nichts Weil ich sie eh nicht anziehen kann Und roten 2 Tränke benutzt Das habe ich wieder nicht Oh nee Jetzt hat der auch noch ins Horn gebrochen Kannst du einem nicht jetzt einfach Der alle geholt Die Klamotten 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 Was ist das? Vielen Dank. Da oben waren ja auch noch welche. Da muss ich auch aufpassen. Hier ist einer. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du musst es probieren, ne? Toi, 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 dass es diesmal klappt Ich muss nur treffen Du musst es probieren, ne? Du musst es probieren, ne? Du musst es probieren, ne? Nein, 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 nein Alter, jetzt geht er wohl ab hier. Was will er denn? Komm mit, du Arsch. Komm her, put 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 put. Ich hab nur noch einen Trank. Hätte ich jetzt Pfeile, könnte ich auf ihn schießen, aber hab ich den dann nicht mehr. Das war knapp. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ey. Komm her. Mit seinem Riesenschild, ey. Ah, Gott, nein. Ich treffe ihn aber auch nicht. Gott, du, ey. Jetzt. Nein. Und, oh. Wo soll er herkommen? Ich habe da keinen Platz zum Moven. Das ist Mist. Und, oh. Der mir hinterher. Ich muss den jetzt platt kriegen, ey. Und dann treffe ich nicht. Wo ist der Krati? Spannende Geschichte. Das bleibt spannend. Nein, 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 nein. Scheiße. Ein Hit und ich bin dead. Nein. Meine Hände schwitzen schon. Ich bin dead. Das gibt es nicht. Das ist doch... Ich versuche ihn mal so. Ohne... Guck mal, ob ich ihn gelockt bekomme. Guck mal, ob ich ihn gelockt bekomme. Bis zum nächsten Mal.